ZIMINT PLUS Minzbonbons mit Ganodermaextrakt Es enthält keine künstlichen Substanzen, seine Hauptbestandteile sind Maltitol, Ganodermaextrakt und Pfefferminzöl. Maltitol ist ein natürlicher Süßstoff mit einer Süßwirkung, die fast identisch mit der von Zucker ist, aber 40% weniger Kalorien hat. Es wird sehr langsam aufgenommen und hat einen glykämischen Index zwischen 20 und 30. Da es kein Insulin benötigt, kann es von Diabetikern konsumiert werden. ZIMINT PLUS beseitigt schlechten Atem, aber dank seines Ganoderma-Gehalts ist es auch wirksam bei Halsschmerzen, Husten und zur Desinfektion der Mundhöhle. Das Geheimnis seiner Wirksamkeit ist natürlich der darin enthaltene Ganodermaextrakt, dessen Wirkstoffe direkt auf die Problemzonen einwirken. Das Geheimnis seiner Wirksamkeit ist natürlich der darin enthaltene Ganodermaextrakt, dessen Wirkstoffe direkt auf die Problemzonen einwirken,